Hallo zusammen, wir starten in den letzten Monat dieses Jahres und was ihr an diesem Wochenende nicht verpassen dürft, das zeige ich euch jetzt. Es gibt eine neue Bar in Fohenstrauß, die heißt zum Chores und eröffnet an diesem Freitag. Und da geht es auch richtig stark los mit Karaoke ab 20.30 Uhr. Nach zwei Jahren Corona-Pause startet Zusammenhalt Moosbach durch mit dem Winter-Opening Nummer 6 in der Turnhalle in Moosbach und der Einlass ist um 21 Uhr. Für alle Junggebliebenen gibt es am Samstag eine Ü30-Party im Hotel Grabinger in Büchelkühn, die startet um 19.30 Uhr. Und am Sonntag erwartet euch die Waldweihnacht in Weiherhammer rund um die Blockhütte von 15 bis 20 Uhr und da könnt es euch richtig schmecken lassen. Euch allen ein wunderschönes erstes Dezemberwochenende und bis bald! Am Donnerstag startet der erste kleine Weihnachtsmarkt und zwar der Uns-Glüh-Markt in Amberg. Der findet bis zum ersten Weihnachtsfeiertag statt, immer von Donnerstag bis Samstag. Am Freitag veranstaltet der SV Neusorg eine 80er, 90er und 2000er Party im Sportheim, die beginnt um 20 Uhr. Am Samstag und Sonntag findet ein Weihnachtsmarkt statt in Oberwildenau und Beginn ist um 17 Uhr. Und eine Winterkirve gibt es auch noch, die DJK Dönsricht veranstaltet eine ab 19 Uhr. Und falls ihr euch doch ein bisschen mehr Sommer und Sonne zurückwünscht, die katholische Jugend Pleistein veranstaltet eine Flashing Summer Party im Flashlight ab 21 Uhr. Und am Samstag findet ab 14 Uhr in Wildenreuth der Adventszauber statt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis bald!